Nach einem langen Sommer voller intensiven Training geht es direkt mit dem ersten Event des Olympischen Kalenders los. Die vorherigen Veranstaltungen waren zwar unverzichtbar zur Vorbereitung, doch der Druck bei Events wie diesem Halfpipe-Wettbewerb in den Alpen, bei dem durchgehend Höchstleistungen gefordert sind, ist schon nochmal etwas anderes. Von diesem Moment an darfst du dir keine Fehler mehr erlauben. Kork mit einem Titan Grab. Ein richtig großer Double Backflip mit Grab. Double Kork mit einem schicken Grab. Der Double Rodeo mit Grab. Ein Double Rodeo mit perfektem Grab. Das war ein brillanter Triple Frontflip mit einem glänzenden Grab. Das war nicht abzusehen. Ich hätte gedacht, die Landung wäre kein Problem. Was für ein konzentrierter und sicherer Lauf. Die perfekte Kontrolle. Die Sommerpause hat seiner Leistungsfähigkeit ganz offensichtlich keinen Abbruch getan. Die Sommerpause hat den Antrieb um 10-15 und große Anousi zur Roll. Das war nicht so. Jetzt Stimmban?